Ein Biber auf Abwägen. Da geht er rein und raus. Es ist schmarr die Spuren, wo er rein und raus geht. Und da hat er seinen Staudamm gebaut. Ein Mini-Staudamm, aber es ist ein Staudamm. Da sieht er schön, wie er sein Stämmchen abgenaft hat. Da hat er mehr Stellen, wo er rein und raus geht. Davon ist nochmal eine. Okay? Ja. 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 Und er hat sich entschlossen, da einfach einen Graben zu nehmen. Ich find's ja toll. Ja. 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 Ja.